Wie können wir das Wirtschaftswachstum unterstützen und dabei den Energieverbrauch senken? Die Antwort liegt in unserem Potenzial zu sparen. Wie in der Hamburger HafenCity, dem größten Stadtentwicklungsprojekt Europas. Die rund 60.000 Menschen, die hier leben und arbeiten werden, können schon heute die Energieeffizienz von morgen erfahren. Innovative Fernwärme- und Klimatechnik von Danfoss bietet maximalen Komfort, ohne dabei 1 kW zu viel zu verbrauchen. Möglichkeiten, Energie effizienter zu nutzen, gibt es überall. Wir helfen dabei, mit weniger mehr zu erreichen. Wir sind Danfoss. Engineering Tomorrow.